Ähm, Kevin, wofür steht AFK? Äh, away from keyboard. Oh, Squarespace! Tony, wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? Ähm, neun? Es sind acht. Ah, scheiße, Pluto. Pluto ist raus, ja. Sascha, buchstabiere Hokus-Pokus. H. O. K. U. S. P. O. K. S. Fokus-Pokus. Richtig. Ähm, Sydney, Leonardo da Vinci's Mona Lisa hatte früher mal Augenbrauen. Wahr oder falsch? Äh. Sind ich immer noch Augenbrauen? Ja. Hatte denn noch jemand eine Frage falsch? Also, sag schon ich nicht. Wollte ich nur mal kurz weiter. Ich hatte falsch. Ich hatte eine falsch. Frisch. Ich hab gesagt, ich hab Pluto vergessen. Ah ja, die neuen Planeten. Oh, das war toll. Also, ich hätte zählen können, aber ich hatte Angst, dass ich zu viel Zeit einsteigte. Einnehmen, bis ich, mein Vater erklärt mir jeden Samstag oder Sonntag unseren neuen Planeten abgezählt habe. Ah, herrlich. Ah, Chat, no story here, Sascha. Beste Mann. Richtig guter Atze. Sorry. Sascha, wie viele Kräuter sind im Jägermeister? 56. 56 ist richtig. Oh mein Gott, ey. Solltest du nicht, blechst du. Ey, Sascha, Sascha'n Herz mehr. Sascha'n Herz mehr. Der Tag ist erfüllt. Was?